Musik Mein Name ist Christian Nimms, ich bin Werkführer der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg. Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle stand eine Gartenlaube im Vollbrand, eine weitere war von den Flammen angegriffen. Wir haben drei Zehrohre genommen für die Brandbekämpfung, zwei für die Außenbrand, eine für die Innenbrandbekämpfung und haben so das Feuer auch schnell in Gewalt gehabt. Musik Musik Ja, das ist gut.